Und einen enttäuschten guten Morgen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Negacraft. Ich hoffe, man nimmt auf, sonst fliegt er gleich vom Server. Ja, ähm, wir haben uns gerade nochmal die Aufnahme angeguckt, das war... Also ich hab ernsthaft gedacht, der trifft ins Wasser. Hast du gedacht? Ja, ernsthaft? Das wäre doch nicht über Wasser geflogen noch. Dann hätte ich dich genau an Ort und Stelle getötet. Dann hätte ich dich hier einfach runterfallen lassen. Hätte ich dich töten wollen. Das ist dein ADW. Wirklich, das tut mir auch echt leid. Das musst du mir was zahlen. Nö. Genau, jetzt hab ich mal mehr Geld. Erstens, wir waren die 500 Blöcke entfernt, äh, die 250 Blöcke entfernt. Ja, aber du hast OP-Rechte, wenn du es ausgenutzt. Das war auch nicht okay, und ich hab Rubbertrees gefunden. Das hat mehr wie nicht okay. Aber Nico, das war wirklich bei mir nicht absichtlich, dass ich dich getroffen hab. Achso, er leckt ja immer wieder, wenn ich einen Baum abbreche. Aber, das war, das war, das war fahrlässige Tötung. Nico, jetzt sei doch nicht so sauer. Ja, das geht. Nico, wenn du jetzt nicht aufhörst, sauer zu sein, dann geh ich. Dann schließe ich Skype, dann hau ich ab. Wohin? Kommst du nach Hause, ich t-p-dich dann gleich noch aus Freundlichkeit. Ich mach aber eben Abstecher durch die Süße. Ich schieße wieder wieder. Ich will nach Hause. Hä, du kannst gar nicht voll sein. Oder du kannst mir ja die Sachen geben. Ich bin nach Hause. Nico, ich kann dir doch gleich die Sachen dann wiedergeben, bitte. Sonst gibt's ein Portal zum Mond. Es wird mit Bannen bestraft. Nö, nicht mehr. Für Operator nicht. Für Leute, die es aber bezahlen. Ja, ich bezahl den auch. Darf ich deinen Hauskonten zerstören mit dem Portal? Nein, ich mach's ja nur in der Wüste dann. Genau. Ich bin gleich an der Stadt. Das ist Regelmissbrauch, das weißt du schon. Ich bin gleich an der Stadt. Und hier, ich wollte mein Haus aus Marble und diesem Holz hier bauen. Ist mir jetzt meine Vapors gelöscht? Eigentlich nicht. Gibt's hier mit... Oh, ja, ich... Warte, tp mich mal nicht, tp mich nicht. Tp mich bloß nicht. Ich hab grad Magnetismus ausgenutzt. Tp mich nicht, tp mich nicht, tp mich nicht. Mann, du Scheissbacken! Tp mich sofort zurück! Da war ein Riesenteil des Obsidia mit ner Truhe. Lauf zurück! Ja, jetzt muss ich zu der Schlucht zurücklaufen, weil du so kacke bist. Oh, ihr müsstet grad die Facecam sehen, wie ich mich einfach nur schlapp lach. Ach, und nur als Info hier drunter ist ein... ...Shunkler, oder? Ich messer euch gleich. Ja. Junge, welche Richtung? In die Richtung. Welche? In die! Ich muss einmal den ganzen Weg... Ja, aber entleer dich eben, bitte. Ich setze den Stadtvaporn einfach voll nebendran, weil es kann. Das ist aber auch Missbrauch. Das ist kein Missbrauch, wenn ich den Stadtvaporn den nächsten Brunnen setze. Weil ich es nicht draufkomme. Weil ich dafür eine Stadtvaporn... Ich... Du kannst da hochschwimmen. So, ich entleer mich mal eben. So, also... Ich... Sag dir gleich, wie viel du mir noch von was schuldest. So... Also Marble habe ich jetzt schon mal genug. Da steht... Ich habe 144. Ja, wir bauen ja beide aus Marble. Habe ich ja gedacht, deswegen. Ja. Alter, ich bin... Gut, dass ich die Rucksäcke habe. Sonst wäre ich richtig instant voll gewesen. Das ist arschheftig gerade. Ups, ich habe aussehen ein paar mehr Stacks gemacht, wie ich wollte. Ja. Das ist natürlich mal wieder Missbrauch. Das ist ME-Terminal. So. Sag mir, dass es nicht im Stadt-ME-System ist. Ja. Weil ich habe nämlich gerade drei Stacks gemacht. Ich habe ganz vergessen, dass diese Items da drin bleiben. Ich drücke mir was drauf, nach drei Stacks. Oh mein Gott. Baum fällt. Baum gefällt. Baum gefällt. So, ähm, Nico? Hast du noch eine Stacks? Ich fälle hier wie in den Spack Bäume, ja. Nico? Äh, tu mal alles, was du hast, bitte, in dein ME-System. Ich dröhne. Gut. Ich darf reingucken. Ah, sonst gehe ich ja eh im Serverraum. Also, alter. Kann ich mir die Hälfte der Sticks nehmen? Sticks? Na klar, nimm alle Sticks. Guck mal, wie viele Baumstimm ich habe. Also, ich nehme mir ein Stacks, das reicht dann. Nimm dir zwei Stacks! Hä, warum du hast jetzt nur 94 Stück? 84 Stück? Ja, guck mal, wie viele Baumstimm ich habe, wie viele ich noch herstellen könnte. Ähm, Frage, darf ich mir das Tomium in den Göt nehmen? Das brauche ich nämlich für... Kannst du die ganzen Shards auch noch nehmen, wenn dann die Gefängnisstrafe weg ist? Ähm, Blaze Powder darf ich mir doch auch nehmen. Ja, dann ist aber die Gefängnisstrafe endlich mal weg. Ähm... Weil du mich so oft gekillt hast, fahrlässige Tötung, richtige Tötung. Nein, das brauche ich noch. So. Ich will nämlich die Schmerz des Geldes. Äh, ich nehme aber den Földnis, damit ich gleich eben den Iron Földnis machen kann. Du wirst dich erst mal aufgeladen? So, äh, Nico, das reicht aber noch nicht so ganz. Genau. Warte, ich nehme mir noch den, ähm... Ich meine, so, die Tötung C, das ein Stack Diamant ist, passt. Nö. So, soll ich dir sagen, was du mir noch schuldest? Was? Scheiße, ich habe die Textdatei geschlossen. Ich muss mal eben aufs Tab gucken. Du schuldest mir aber noch einiges. So. Filch, Bane of, Arthropods 3. Ähm, mindestens ein halbes Stack Eisen noch. Ich gebe dir 200 Baumstämme, wenn die gewachsen sind. Oder du holst mir jetzt drei Stacks, Kabel. Ich gehe jetzt eher auf Erkundungstour. Ich bringe dir vielleicht was richtig krasses mit, wenn du mich wieder sofort zerstörst. TP mich zerstörst, ich bringe dir was richtig geiles mit. Ähm, warte, ich... Hast du nicht einen Vaporn da gehabt? Ja. Warte mal, bevor du es machst, dann nehme ich mir noch schnell ein bisschen eins. Ähm, ich muss mir mal eben eh die Koordinaten merken. Merk dir mal 180, 4, 3, 3, 32. Also 4, 3, 3, 32. Äh, 4, 3, 3, 32? Ich weiß nicht, wo du genau landest, aber das ist bei meiner Marble-Schlucht. TP. Ich hoffe, ich sterbe nicht. TP mich sofort in Wasser, ich flieg grad. Was ist... Ich bin zwar... Ich flieg grad 400 Blöcke über der Erde. Nein. Doch. Kann gar nicht. Doch. Du bist auch für... Wie viel? 400. Ach, scheiße. Ich kann mir was zahlen. Aber ich hab meinen Waypoint, warte. Ich guck mal eben. Ähm, komm, warte, komm drauf. Ähm, in, warte. So, komm drauf, komm drauf, komm drauf. Logging in. Wo bist du? Hier. Alter. Ich hab dich aber noch gerettet. In meinem Hof gibt's sogar noch ein Wasserloch, aber nein. Hä, ich hab mich... Du meintest, ich soll dich zu mir tippeln. Hier hinten liegt noch Kiste. Äh, ja, hier ist noch der Rest. Hier ist auch noch, bei mir. Hier vorne. Ah, meine Drohnen. So, äh, dann lauf ich es einfach so statt. Soll ich dir mal eben die Kontinaten legen? Noll, da, Richtung der Stadt. Waypoint ist ich wieder da, okay. Warte mal. Nico, du musst in, warte, du musst in die Richtung. Waypoint, den blende ich mal schnell auf. Du musst mal eben in die Richtung rennen. Also in die Richtung musst du. Waypoint, da kann ich den hier. Du musst hinter dem Brunnen her, also hinterm Gefängnis her. So, weiter. Genau. Und dann kommt da irgendwann die Wüste, da musst du leicht abbiegen. So, dann bin ich wieder an der Schlucht. Was meintest du von wegen, ich darf mir alle deine Shards nehmen? Du hattest gar nicht so viel. Echt? Ich hatte eine Maße, ich glaube, zehn Shards insgesamt verschiedene. Achso, ich habe Earth Shards nicht übersehen, Entschuldigung. Also hier ist die Wüste. Da ist so ein bisschen schief nach links. Aber nur ein bisschen, also jetzt nicht so instant, genau links. Aber ich lauf durch die Wüste, ja. Kannst du machen. So, ich muss mich mal eben entleeren. Ich hoffe, ich bin richtig, wenn ich durch die Wüste latsche. Also es tut mir auch nochmal leid, dass du jetzt gestorben bist. Ich habe noch... Alter, eine Frage hattest du denn im Inventar voll? Ich hatte alles, was ich hatte, ins Ding rein. Okay, weil ich habe irgendwie in meinen Rucksack... Oder ich habe die noch nicht komplett entlernt, weil ich habe hier noch voll viel drin. Ich hoffe, ich bin am richtigen Berg. Ich muss es halt finden. Das war auf jeden Fall wertvoll. Lol. Ich habe meine Sachen, glaube ich, gerade vervielfältigt. Jo, ich habe die Sachen, die ich gefunden habe, vervielfältig. Glaube ich. So, wann muss ich... Hast du mir zu, Gat? Ja, Cheater. Hey, das war nicht absichtlich. Ich habe die Rucksäcke, die haben gerade, glaube ich, leicht gebackt. Heißt, ich habe jetzt schon über ein Stick Nicolit. Stick. Stack. Ist der jetzt im Wildfession, weiß nicht, wo die Schlucht ist noch. So, ähm, warte, ich guck mal eben. Zweites Rezept, Tin Transmutation. Dafür brauchen wir... Frag mir mal schnell die Koordinaten von der Schlucht. Ähm. Die wusste ich auswendig. Minus 180. Da darf ich gleich mal wieder das Stück zurück. Müsste zumindest. So steht das nämlich in meinem Waypoint. Aber ich frag meinen Waypoint, ob... So, dann... Dann muss ich 4, 3, 3. So, ich brauche Iron. Die Richtung. Ich bin damals 200 Tage falsch. Du mit deinem Leicht nach links. Das war leicht, was ich... Ich musste extrem stark links. Mh, Nico? Ja? Ich hab mir ein bisschen deiner Kohle eben morgen für den Iron Furnace. Ja. Wie viel? Ich nehm mal die Hälfte. Okay. Und dein Eisen. Kriegst du gleich wieder, ich schmelze grad. Sock mich ab. Ja, komm, du schuldest ja eh, du rutsch nach der Stadt was. Ja, genau. Das ist ja nur für dich. Geldgeiler. Hä, ich mach grad den Iron Furnace. Ich weiß. Und der Elke kommt... Und den darfst du halt auch nicht abbauen, aber der kommt in die Stadt. Damit jeder jetzt erst was davon hat. So, ich hab da gleich die 400 erreicht. Ah, ich seh, die Schlucht. Ich muss nur wissen, in welche Richtung bin ich gelaufen auf der Schlucht. Das ist das letzte Problem. So, ich bin... Warte mal, welche Richtung bin ich gelaufen von der Schlucht aus? Hä, warte, wie ging nochmal der einen Furnace? Ach man, ich spacko, ich lauf direkt vorbei. Hä, wie ging nochmal der einen Furnace? Der Iron, kommt ja das Eisen. So, tippe mich nicht, tippe mich nicht, tippe mich nicht, wie's wieder am gleichen Ding. Ich tippe dich. Äh, warte mal. Eine Frage. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Also, ich hab Projektilprotection, dann hab ich ein Extended Fortdisk, dann noch eine Musicdisk, dann ein paar Bucketsbrot. Hast du einen Diaz? Nein, leider nicht. Schade, weil ich hab jetzt hier grad laut Obsidian. Ich, ich hab grad... Äh... Spitzhacke. Saphir-Spitzhacke. Komm mal zur Schlucht. Die Koordinatenhunde geschrieben hast, die's nicht... Äh, äh, eine Frage, bist du grad in Lava? Oder in der Nähe von Lava? Nein. Ich entleer mich trotzdem, Fulden. Dann nehm ich nur noch eben Wasser einmal mit. Ich klei das sogar auf die Säule hoch. Nico, wenn ich wegen dir sterbe, ich hab nix im Inventar, außer 10 Level. Ja, und vergesst nicht dieses Ding. Hab ich dabei. So, E.T.M.C., Skycow. Wow! Bist du? Ich bin hier. Achso, bist du da. Das ist... Aber das... Ach, hier ist richtiges Obsidian. Geh auf Seite. Das dauert doch immer so lang, oder? Gut, weil ich... Vielleicht bis die ersten Risse kommen. Hier kommen schon Risse. Meint ich zumindest. Oder sieht das so aus, guck mal. Kannst du auch gar nicht sehen, wenn du abbaust. Nö. Hä? Ach, du machst... Ich darf glaub nicht. Hier, den hier kann ich abbauen. Wir kommen bei Obsidian raus, wenn du mal den... Dingst. Keine Ahnung. Hier, den hier... Obsidian-Type, aber... Was hast du gemacht? Gar nix. Aufnahme beendet? Nein. Okay, klappt auch nicht so ganz. Ich kann aber ein Waypoint machen. Wollen die es? Ich hab die jetzt Obsidian genannt, okay? Aha. Soll ich dich zu mir tippen? Ich kann nicht locken und die aussuchen. Immer der Hacker da. Entschuldigung. Iron, wo haben wir... Für was brauchst du eigentlich das Kabel? Kabel? Ähm... Für... Zauber nun. Geht auch nicht Holz. Nein, aber... Holz brauche ich auch. Ähm... Wie hieß der Ofen nochmal? Vorraten... Iron... Nein, Elektrik. Elektrik. Ja, irgendwie... Entschuldigung mit der Konfiguration. Das muss ich mal eben hier umstellen. Doch nicht auf... Das mach ich jetzt auf Z. So, dann kann ich hier... Ach, das ist nicht da im ME-System. Ich darf im ME-System nicht auf ne Taste drücken. Und ich hab meine Escape-Taste rausgeschlagen. Geil. Und mein PC fährt runter. Ist dein Ernst? Nein, ist es auch nicht. Äh, könntest du... Du musst jetzt nicht jede Aufnahme sagen. Ähm... Hast du Refined Iron und Copper Cable? Äh... Mach mal Copper Cable, dann kann ich mit allen Furnace machen. Lol, gibt's hier kein Blender? Nein. Ich glaub nicht. Es war nämlich ein anderer Mod. Und ich wollte das auch mit den Grabsteinen machen, aber leider... Ist der Mod nicht... Mit der Version hier kompatibel. Boah, ich krieg meine Escape-Taste nicht rein. Soll ich im Bild meine Escape-Taste schicken? Ja, für Spaß. Das mach ich nachher. Hab 199 Baumstämme. Ähm... Und Nico? Ja. Ich komm ja nachher, weißt du ja. Okay. Ähm, Nico? Kannst du mir eben Copper Cable geben? Und... Refined... Ich kann den Iron Furnace sonst nicht machen. Ja, klar. Ich hab dir mein ganzes Copper gegeben. Ähm... Ist das stumm... Ist das stumm wieder abgezockt, weil du es wolltest? Hä? Nee, Copper hab ich dir gegeben. Glaube ich zumindest. Warte. Oder hast du schon Copper Cable? Ach, Copper. War es richtig falsch? Und Copper Cable meine ich jetzt auch. Du wirst ja erst, du wirst das ein Copper Kable. Ich nehm erstmal den Copper Ignore, den Robi. Dadurch kombinieren. Und, äh, Frage, hast du, ähm... Hast du jetzt Copper Cable für mich? Bitte? Ich glaub, das waren... Warte, muss ich mal eben gucken. Also, ich arbeite hier grad... Das sind sechs Stück, brauch ich. Ich krieg meine Escape-Taste nicht mehr rein. Ach doch, jetzt hab ich sie wieder reingehauen. Werf mal her. Sind das genau sechs Stück? Oh, Moment, war es jetzt für ein Electronic Circuit? Ja. Hast du Refined Iron? Kann ich machen. Muss einfach nur Iron, also, wie viel? Ein Refined Iron. Ich brenne grad nämlich mein eigenes Eisen und ich hab grad keinen Ofen. Sonst... Also... Also, ich sag mal, den Ofen frei machen. Kannst du dann ja gleich ganz einfach hier ins System tun. Ins Start-ME-System. Du siehst ja, wie ich das crafte. Ja. In der Mitte muss das dann gleich noch rein. Und hier... Mein Redstone. Also, hier... Tust du das dann gleich eben machen? In die Mitte? Genau in die Mitte. Und dann kann ich ein Circuit mehr nehmen. Du siehst das noch im ME-System, oder? Glaub nicht, warte mal. Guck mal, im Start-ME. Ist das drin? Nö. Warte mal, lol. Warte, ich kann mal bei dir gucken. Ich weiß nicht, ob das... Kommt... Ob das an der Version... Nee. Achso, liegt an der Version. Hab ich mir mal gemopst. Ich weiß, ich spiel halt mehr Applied Energiesics Spy. Aber ist gut zu wissen. Dann kannst du mir diese Sachen... Nämlich, wenn ich da was baue, nicht mobsen. Ach, Nico? Ja. Guck mal, ob ich ihn in der Hand halte. Ich guck. Ich hab ihn. Kommst du? Ich brauch Redstone. Hätt mir Dias, kann man schon nötern. Ich hab Redstone ein bisschen. Ich hab noch drei Stück... Nee, einen. Warte, ich brauch mal immer eine Spitzsacke. Da haben wir sie. Nico? Ja? Stehst du drin? In dem Raum? Nein. Komm. Also. Hier haben wir eine Canning-Maschine. So. Nichts, der explodiert. Ist ja eh kein High Voltage. Hier ist nämlich noch so ein Converter dazwischen. Ja. Gestaltet. Äh, soll... Und, ähm... Ich kann... Ich hab Zertus-Quads. Glaube ich. Hä? Doch nicht? Hä, das war doch dieses... Zertus-Ohr, was ich da abgebaut hab. Möchte ich da jetzt ernsthaft nix rausbekommen? Achso, stimmt. Da bekommt man auch nur manchmal was raus. Ähm, Nico? Ja. Ich mach mit Holz-Kohle. Jo. Ähm, aber es gibt auch eine Steuer dafür. Und den Strom musst du auch, äh, jetzt am... ...ersten bezahlen. Nee, du musst... Bezeichnend bezahlst du mit deinem Strom. Du musst dein Strom am ersten bezahlen, ob du was verbrauchtest oder nicht. Du hast ja die Flatrate. Und... So, ich bin mal auf deinem Grundstück. Ich bin mal so frei. Und guck, was du drin hast. Ich darf doch gucken. Bisschen spannender. Äh, darf ich mir das Ember nehmen? Ember. Hm. Du kriegst alle, wenn meine Gefängnisstrafe weg ist. Okay. Wenn du... Wenn ich alles krieg... Guck mal in dein M.E. System. Ich meinte alles Ember, gell? Guck mal in dein M.E. System. Was machst du? So, so,isch, kacke. Ich baue halt so'n Holz ab. Komm ich gibst ihr doch wieder, das war doch ein Witz. Wir haben gleichgezählt, dass man poker ist. Ja, du weißt doch, dass das nur ein Scherz war. Das Redstone gehört aber in mir. Ah, nee. Und das einfach Horror gehört mir. Und mein Porno gehört mir auch. Kann ich mir ein paar Saplings nehmen? Damit mein Grundstück voller ist. Settlings. Hm. So, das ist teuer. Ey, du darfst nicht einfach so klauen. Komm, ich geb... Ey, du hast geklaut, du musst jetzt ins Gefängnis. In der nächste Folge. Die ganze nächste Folge. Komm, du hast das ganze Grundstück schon voll. Du bekommst die nachher wieder. Ich bezahl dir die zurück. Ich hab mir genau ein Stack genommen. Gib mir ein Halmstack Redstone, wenn du ein Stack von den Dingern nimmst. Ich hab keinen Redstone im Moment. Du bekommst ganz genau 13 Stück zurück. Ah, ne. Ich, darf ich mir ein Stack Marble nehmen? Äh, ja, wem ist... Ach, du hast eigentlich schon alles zusammenpackt. Ja, man. So. Das wird immer vollgestört in Aufnahmen. Wie spielt Tamo? Äh, 2030. Äh, also, so lange nehmen wir schon auf. Ja. Dann sehen wir uns dann jetzt vor, bis zum nächsten Mal und bis. Ciao.